Juhu! Willkommen zurück zu Let's Play Minecraft! Ja, es geht weiter, 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 weiter mit Minecraft. Fröhliche Weiterheit damit Minecraft. Die Musik passt gar nicht in die Nachtzeit, aber das ist mir total egal. Weißt du, was wir jetzt machen? Wir gehen raus. Wir gehen raus. Wir gehen raus. Mir doch egal, ob da Viecher sind. Seh ich, Creeper. Spinnen. Kommt zu mir, ich schlage euch. Oh, scheiße. Hui! Da ist ein Creeper. Ich seh es auch. Oh! Hui! Hui! Party heart! Party, 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 party heart. Damn it! I got damage! So much damage! Where the hell am I? And what's going on? Can't see anything. It's so dark here. Ah! Oh! Ein Creeper. Ein Creeper. Ein Creeper. Ein Creeper. Ah! Noch eine Skelettfuzzi. Nein, 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 nein. Help! Creeper! Creeper. Huh! Huh! Das war keine so gute Idee von mir. Da ist noch ein Creeper. Ah! Eine Spender! Ah! Creeper! Fuck! Wow! Das war knapp! What can I do now? Are there some more creepers? Here I saw something. What was that? Was it a zombie or something like that? I don't know. Help me! Where am I? Go out of my way, Cheek! Oh my god, it's so dark here. I just shoot my arrows in the air sometimes. Singing, hey-oh, there is a creeper. Run, honey, run! Run, my dear! Run, 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 run! Oh, I get it! I get it! What happened? Oh, oh, oh! Hello! 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 Ja, Freunde, ich dachte, ich gehe einfach mal wieder raus. Aber das war vielleicht gar nicht so so eine gute Idee. Ähm... Help! Help! Hm. Keine Spinnen. Die können ja sowieso nicht hier hoch, oder? Wegen dem ganzen Wasser. Oh. Meine Falle da unten. Äh. Geh ich mal nach unten in meine Monsterfalle. Hello! Schön. Haben wir hier noch mehr, was ich mitnehmen kann? Oh, kein Powder. Das sieht übrigens, ähm, aus wie Versicherungsunterlagen, falls es jemanden interessiert. Das sollen Versicherungsunterlagen darstellen. Höre ich hier was? Ist doch bestimmt wieder ein Zombie innen drin. Rrrr. Brains. Hallo. Hallo. Brains. Rrrr. 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 Time to go. Time to go. Hello. Hello. Hello, Mr. Zombie. Do you wanna be my friend, Mr. Zombie? Hello, Mr. Zombie. Hello. 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 Oh, you're happy too. Oh, I'm so happy too. Hello. Du hast dich schmutzig gemacht. Du hast Flecken auf deinem Hemd. Da, 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 da. Sehe ich da noch Creeper? Aber eine Spinne sehe ich noch. Dann warte ich noch einen Moment. Ich muss mir sowieso gerade futtertechnisch malen Brot. Noch eins. Sehr schön. Hallo. Ups. Anyone that wants a headshot to? Do you want a headshot? I have a headshot for you. Not? Why not? Hello. Vorsichtig gucken. Hm, ich sehe nichts. Dann kann ich mir ja noch Zuckerrohr holen. Hui, 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 hui. Ja, viele fragen sich jetzt, was machen wir jetzt eigentlich, weil ich ja immer noch nicht in die Höhlen gehe. Aber in Minecraft kann man so viel mehr noch machen als nur Höhlen. Zum Beispiel Untergrundforschung im Meeresboden. Das ist auch noch sehr spannend. Nein, ich dachte, wir fangen in den Höhlen erst an, wenn ich die ausgebaut habe. Und, und, und außerdem, Zombie hat ja bestimmt auch bald Ferien. Und wenn er da nicht gerade weg ist, dann kann man in die Höhlen gehen. Und ganz viel zusammen. Let's play. Ja, 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 ja. Und vielleicht frage ich den anderen netten Herren Hellout auch, ob er auch mitkommt. Eh. So. So. Meins. 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 Was passiert? Oh, 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 oh. Was passiert? Oh Gott. Oh mein Gott, Armageddon. Ah. Ah. Was ist los? Was? Warum? Dumm. 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 Wir sind auf geheimer Mission unterwegs im Dschungel. Auf der Suche danach, Creeper zu töten. Wir werden sie finden und eliminieren. Das ist unsere Mission. Wo sind diese fiesen kleinen Lurche? Ihr müsst alle sterben, das ist euch doch hoffentlich bewusst. Mit der Waffe im Anschlag schlagen wir uns durchs Unterholz und töten Creeper. Wir werden unsere Mission erfüllen. Wo sind sie? Wo sind sie? Da ist einer. Vorsichtig und langsam schleichen wir uns um den heran. Wir müssen ganz behutsam vorgehen. Er darf uns nicht bemerken. Denn auf der anderen Seite, er könnte eventuell... Da ist er. Ein Creeper. Oh nein. Stirb. Fein. Stirb. Boom. Headshot. Hm. Pfeile. Pfeile sind immer ein Hinweis auf Gegner. Creeper? Ich sehe keine Creeper mehr. Diese Nacht waren hier noch viele Creeper. Sie müssen irgendwo sein. Wo sind sie hin? Wo sind sie hin? Sie wollen uns in Sicherheit wiegen. Nicht mit mir. Ich werde euch zuvorkommen. Ich rieche die Creeper-Armee. Sie wird über die Hügel kommen und uns vernächten. Nein, diese Musik hat keine Probleme in mir ausgelöst. Nein, diese Musik ist entspannend und total... Ich möchte jetzt gechillt durch die Gegend laufen. Voller Entspannung in die Süd. Hört doch mal auf. Schande. Dumm. 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 Diese Musik... Moment. Die merke ich mir. Diese Musik kommt auf die... Moment. Stopp. Auf die... Dramatik-Playlist. Und fliegt aber aus. Dieser Playlist raus. So. Hallo. Ich bin Honeyball. Oh, das ist aber ein schöner Morgen. Naja, ist ja schon fast Mittag. Naja, habe ich nicht mitgekriegt. Ja. Wohin hatten wir ein kleines bisschen Panik? Denn die Musik, die hat uns erschreckt. Das macht euch aber nichts. Dafür sind wir jetzt umso fröhlicher. Und wissen immer noch nicht, was wir als nächstes machen wollen. Und die Gegend laufen und quatschen. Das habe ich immer besonders gerne. Ich glaube, ich lege mal meine Pilzfarm im Keller an. Ja. Ich glaube, das ist eine gut... Oh, guck mal. Da sind Eier. Die hat ein böses Hühnchen hinterlassen. Wenn daraus Küken schlüpfen, werden sie unser Gehirn fressen. Das ist lustig. Ja, Kinder. Klingt komisch. Ist aber so. Und jetzt werden wir unsere Pilzfarbe im Keller anlegen. Ja. Damit ihr, wenn ihr die Pilze gegessen habt, genauso klingt wie... Dann kann ich lange aushalten, so zu reden. So viel Klumpatsch dabei. Das ist nur ein bisschen... Ich werde off-screen die Kisten sortieren. Ich kann das nicht ertragen, das nicht mit euch zusammen zu machen. Ach schade, jetzt ist die Musik gerade vorbei. Warum nochmal? Nein. Nein.